Bagels am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen, sagte Isabel und bestellte uns zwei Bagels. Nach dem Frühstück waren wir noch etwas shoppen und ich habe mir eine neue Cap gekauft und ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, ob mir die Cap steht oder nicht. Seid ehrlich. Kurz geht raus an euch. Als nächstes waren wir noch im Starbucks, unseren Durst stillen und haben danach ganz viel mit diesen Taubsies gechillt. Die sind einfach alle so süß. Einen haben wir verfolgt, aber der wollte nicht mit uns befreundet sein. Dann ein kurzer Outfit-Check und zum Schluss musste ich noch ein paar Sachen besorgen für ein Video, was die Tage online kommen wird. Wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr genau, was kommt. Kurz geht auch raus an Isabel.